die regentropfen die sieht man eigentlich auch das heißt ich muss gar nicht auf den blitz warten ist natürlich auch schön zu wissen so können wir hier mal hoch und da und da und da was auch immer das jetzt gerade war so regen 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 hopp und hopp wukie Batsch, das war ein bisschen ungeschickt Wahrscheinlich muss ich hier die Dinger irgendwie in die Luft jagen Aber dafür muss ich halt schnell sein Okay, schnell und präzise offenbar Schön, zack, zack, okay, alles klar Kann ich da durch Da geht's hier hoch Und dann habe ich hier oben den nächsten Ich habe überhaupt kein... Also, das Spiel ist schon witzig, muss ich echt sagen Das macht echt Laune Das ist echt witzig Aber ich muss sagen Ich habe keine Ahnung Ähm Wo ich bin und überhaupt Also ich habe echt null Ahnung Und zu dem anderen wollte ich mich ja auch eher einfach zurückbewegen So, sagen wir mal hier Inventar Sechs Würfel habe ich Fluff, da müsste ich ja jetzt sieben haben Sieh mal Ein kleines Tor Kleine Tore können dich zum nächsten Zeitreisetor zurückbringen Aber sie funktionieren nur in einer Richtung Ja, das ist ja erstmal in Ordnung für mich Genau Weil da war ich ja fertig Also wie gesagt Das Spiel ist echt spannend Macht Laune Aber Bloß die Sternenreihe finde ich dann super interessant So, ähm Da oben war ich Da hinten war ich Oh, da bin ich auch schon fertig Ähm Raus Da bin ich auch schon fertig Damit habe ich nicht gerechnet Ganz ehrlich nicht Ich hätte jetzt eigentlich gedacht Dass ich, ähm Noch ein bisschen was machen muss Ich muss ja eh noch wahnsinnig viel machen Also Da drüben zum Beispiel Und Da Und da Und Da Und da Und da Ja genau Das sind ja diese ganzen Es bleibt spannend Aber hier bin ich fertig Das heißt Ich muss von hier jetzt eigentlich Mir die nächsten Aufgaben suchen Ähm Das denke ich Mach ich aber Wahrscheinlich erst In der nächsten Aufnahmesitzung Bis dahin Wünsche ich euch jetzt Auf jeden Fall Schon mal eine tolle Zeit Und Auf Wiedersehen So Hallo Und herzlich willkommen Zu einer weiteren Aufnahmesitzung Von Feds Ähm Ich bin Ganz ehrlich Muss grad sagen Ich bin grad noch ein bisschen Ähm Ihr habt ja mitgekriegt Ich bin ja noch ein bisschen Durch den Wind Wähl Ich Gerade mitten in einem Umzug steck Und entsprechend Noch nicht so wirklich Äh Einen Plan hab Habe ich jetzt hier eigentlich alles Oder habe ich es jetzt nicht So So kann ich es drehen So kann ich glaub zoomen So kann ich zoomen Genau Ach ja Moment Und das andere Das war ja woanders Ähm Wie gesagt Richtig aufnehmen Ich glaub das guck ich jetzt mal Schnell Bevor ich hier weitermache Bis gleich So Also der monitor scheint der richtige zu sein Dafür Ähm Ist aber der ton kacke Ne 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 da muss ich da muss ich den boost runter drehen Moment nochmal Okay so herzlich willkommen zurück zu fates Joa Der monitor sollte jetzt der richtige sein War vorher auch schon Und der ton sollte jetzt auch halbwegs akzeptabel sein Gut das heißt wir können jetzt eigentlich loslegen Den ganzen anderen Blödsinn lasse ich trotzdem drin Ähm Da hab ich ja jetzt schon alles Ich mach die Karte wieder Nein hier Karte weg Und ich denk wir gehen hier mal durch War es B War es hoch Hoch war es Genau Also ich hab schon ein Weilchen nicht mehr fates gespielt Deswegen bin ich ein bisschen Wo sind wir denn jetzt Äh Wo sind wir denn jetzt Da sind wir denn jetzt Da hinten müsste es allerdings noch weiter gehen Also wie gesagt Ich hab jetzt schon welche nicht mehr Ui Ich hab schon welche nicht mehr gespielt Äh ich glaub Den Feedback machen wir mal aus Ich hab schon ein Weilchen nicht mehr gespielt Deswegen bin ich auch ein bisschen Gerade Noch nicht so hundertprozentig sicher Okay Da haben wir auch schon hundertprozent Ähm Warte mal Ne Karte war es So da ist dieser lustige Raum Aber der Raum Sind wir da gerade drin Ja Wir sind gerade da drin Wunderbar Das heißt Hier müssen wir weiterspielen Ah Durch das Drehen Kommen wir da weiter Verstanden Hä Ich frage mich was das ist Jo Frage ich mich auch So aber hier hinten gibt es ja noch mehr Das heißt wir können hier jetzt mal runter gehen Und schauen wo wir Oh da unten ist ja auch noch eine Tür mit Schlüssel Nee Schlüssel habe ich nicht Dann drehen wir uns noch ein bisschen im Kreis Zack Zack Kämen hier durch die Tür Und drehen uns wieder mal ein bisschen im Kreis Ich glaube wir gehen mal nach oben Ja ich glaube das machen wir jetzt wirklich Die Frage ist nur wie komme ich jetzt dahin So nicht offenbar So auch nicht Zack Zack So offenbar auch nicht Vielleicht so Ja Dann kommen wir hier so da hoch Und hier komme ich dann so auf den Pilz So Sind wir hier Dann können wir uns hier ein bisschen umschauen Ähm Da geht es jetzt darüber Und darüber Und darüber Und da hoch Und da rein So Nee gut dann gehen wir hier auf den Pilz Zack Und hier auf den Pilz So wunderbar Dann sind wir hier oben Und dann können wir hier ums Eck gehen Und in diese Tür Wunderbar Wunderbar Dann haben wir jetzt schon wieder was Neues entdeckt Äh Immer die falsche Taste Okay wir sind hier oben Aber noch nicht nach da drüben gekommen Gut Dann schauen wir uns hier trotzdem mal um So Und hier oben erzählt uns das Märchen wieder eine kleine Geschichte Na komm Ich frage mich was das ist Ja das wissen wir doch schon Dass du dich das fragst Ach hier waren wir ja auch schon Waren wir auch da hinten Nee da waren wir wahrscheinlich noch nicht Da geht es wahrscheinlich nach ganz da hinten Die Truhe haben wir ja schon aufgemacht Die Truhe haben wir schon aufgemacht Ich versuche mal rauszufinden Wie wir da hochkommen So Ah So Und so Ah So nicht Ich drehe mich noch mal ein paar mal Okay so auch nicht Dann vielleicht so Okay So wir gehen hier rüber Drehen uns so rum Klettern hier rüber Springen darüber Springen darüber Nö da müsste ich da ja eigentlich hochkommen Ne Genau Perfekt Dann haben wir hier eigentlich schon die nächste Tür Da oben schreit aber schon der nächste Kristall nach uns Ich könnte jetzt natürlich noch weiter nach da hinten gehen Aber ich will erstmal diesen Kristall einsammeln Ich glaube das ist momentan viel wichtiger Ähm Den Kristall einzusammeln Kann ich da Nee die sind Aber vielleicht kann ich da sowas machen So hier runter Darüber Na fast Darüber Und da hoch Wunderbar Dann geht es hier hoch Da hoch Da hoch Da hoch Da hoch Da hoch Da hoch Und den nächsten Kubus haben wir Wunderbar Wir haben immer noch keine Schlüssel Ich versuche mich gerade mal hier ein bisschen rumzudrehen Und dann掉 Wir haben immer noch keine Schlüssel Und dann Und dann Und dann Vielen Dank.